Was ist das, Jami? Nein, ein neues Zimmer. Genau. Zeig mir dein neues Zimmer. In welcher Farbe? Pink und weiß. Ja. Du hast gesagt, es ist ganz pink. Es ist pink und ein bisschen weiß. Da ist Jardin. Jardin, zeig mir mal den Rest der Wohnung. Okay. Und dann, Mama, zeig mir, wie du da unten bist. Hier ist die Toilette. Geh mal rein. Machen wir Licht an? Mama, Mama, dann. Innen drin muss auch noch irgendwo Licht sein. Guck mal. Hier. So. Mami, 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 erst mal will ich... Ja? Sag mal was. Mami, wenn wir zu Ende das Video gemacht haben? Das Video gemacht haben? Dann... Ein Klub. Und was steht hier dran? Ist doch Kacke. Und dann, 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 dann zeigen wir zusammen unser ganzes Zimmer. Ja? Ja. Weiter geht's. Nächste Räume. Zeig mir mal alles. Was ist das? Das ist die Küche Oh, ist die schön Das ist das Arbeitszimmer Wartet noch nicht, bin noch nicht da Ja, mir macht gerade den Kühlschrank zu Und das sind die Schränke Da gibt es auch ein Herd Und es gibt auch so eine Abzugshaube Prima, prima Kleiner Kühlschrank Nur, aber wir kaufen einen großen Weiter geht's Nächster Raum Das ist das Arbeitszimmer Oder das ist das Gästezimmer Würde ich sagen Nee, das Arbeitszimmer, habt ihr recht? Ihr habt recht, das ist das Arbeitszimmer Das hast du gerade gesagt, Mama Es ist das Arbeitszimmer Das stimmt Gästezimmer Aber wenn hier Gäste kommen, können die hier auch schlafen Mama Ja Die haben uns den da gelassen Den kleinen Schrank Haben die was drin stehen lassen? Nö, ist leer Das ist so ein kleiner Schrank Weiter, die nächsten Okay Okay Okay